Hallo, wir sind Gretel, Kasper, Ulrike Kunt und Joachim Stern. Das Theater Sternkunt und ihr kennt uns ja. Wir sind jetzt schon seit zehn Jahren beim historischen Jahrmarkt dabei. Und wir haben für nächstes Jahr zwei neue Puppen, sogar drei. Aber die dritte, die verraten wir euch natürlich noch nicht. Denn wir haben ein neues Stück, das wollen wir euch nächstes Jahr vorspielen. Ja, wir sind eigentlich dazugekommen. Ja, wir sind dazugekommen, hier bei euch auf dem historischen Jahrmarkt zu spielen. Weißt du es noch? Ja, das war im Zoo, zur 150-Jahr-Feil. Im Kölner Zoo. Hat uns der Dr. Faber entdeckt, mehr oder weniger, und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, bei euch hier auf dem historischen Jahrmarkt mitzumachen. Ja, und jetzt sind wir seit 2011 dabei. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr alle wiedersehen. Ja, ganz genau. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. 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 Vielen Dank.